Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Kelvin und ich freue mich so extrem auf dieses Video. Wir haben eben gerade die Zusage erhalten, dass wir bei der Print Media Akademie in Heidelberg ein Event durchführen können. Und Leute, die Kulisse ist sensationell und das Event ist brandneu. Das Event nennt sich 2080 Lifestyle, angelehnt an meinen neuen Podcast. Und ja, in der Mission geht es 20% arbeiten, 80% leben. Ich bin also fest davon überzeugt, dass man in der heutigen Zeit mit den ganzen digitalen Möglichkeiten, mit 4 bis 5 Stunden arbeiten, trotzdem sich ein mega geiles Leben aufbauen kann. Das konnte ich schon vor 10 Jahren. Da habe ich mir nämlich mein Business nebenbei aufgebaut mit 4 bis 5 Stunden. Und warum soll es heute, fast 10 Jahre später, nicht mehr gehen? Und dieses Event findet, wie gesagt, in Heidelberg statt. Ihr müsst euch die Location wie folgt vorstellen. Das ist ein riesig rundes Gebäude in einem anderen Gebäude drin. Das sieht aus wie so ein Kinosaal, völlig abgespaced. Also alles high-end, sau bequem. Und da findet eben das Event statt. Die Location ist auch direkt gegenüber vom Bahnhof. Also die Anreise ist easy. Ja, und was die Inhalte angeht, seht ihr ja in der Beschreibung des Events, was alles drankommt. Und es ist auch wirklich nicht so dieses typische Motivationsseminar. Keine Ahnung, wo wir uns in den Händen fassen, Kumbayama-Lord singen oder Party-Tänze machen. Ich finde die Events nicht schlecht. Das können andere machen, aber ich nicht. Ich bin so ein Typ, ich gehe da gerne strategisch ran. Also ich versuche wirklich, Tipps mit auf den Weg zu geben. Strategien, Techniken, Abläufe, Blaupausen, Vorlagen. Damit man das auch alles direkt danach umsetzen kann. Und das wird ein geiler, geiler Tag. Leute, zu einem mega fairen Preis. Und wenn du Bock hast, dabei zu sein, dann hol dir jetzt ein Ticket. Aktuell, wie gesagt, extrem vergünstigt. Wir werden in ein paar Wochen anziehen, weil das Event ist definitiv mehr wert. Aber jetzt im Rahmen der ersten Wochen kannst du da jetzt eben direkt zuschlagen. Also, du kannst da überhaupt nichts falsch machen. Geile Kulisse. Ich habe sie gerade hier. Das wird ein sensationeller Tag. Und danke nochmal an Print Media Academy, die hier unterstützt. Und ihr werdet begeistert sein vor Ort, wenn ihr an diesem Tag dabei seid. Viele Gleichgesinnte, Produktivitätsbooster, Automatisierung, die niemand schadet, Disziplin, wie du die Dinge umgesetzt bekommst. Das wird geil. Und wir haben noch ein paar fette Überraschungen am Start, an denen ich gerade noch sitze. Die kann ich leider noch nicht ankündigen, aber schauen wir mal. Also da passiert einiges. Ich freue mich auf euch. Sei dabei.